Moin, herzlich willkommen liebe Leute zu einer neuen Folge This War of Mine Und ich muss feststellen, wenn ich das neu lade Hier gibt es, dann lädt ja das irgendwie um die Ereignisse sind hier immer anders Warum, warum, das finde ich ein bisschen schade, aber dann können wir uns nicht direkt drauf einstellen Aber gut, das kann ich halt nicht ändern, weil wir können nicht separat speichern Und müssen den automatischen Speicherpunkten genau nach dem Tag immer mitnehmen Und ja gut, ist leider so Die Penniale, leicht verletzt, erholt sich, verletzt, erholt sich, leicht verletzt, erholt sich, sehr hungrig Wir müssen mit ihr einmal aufstehen und was essen Ansonsten, ich weiß nicht, ob die uns hier sonst wegstirbt Sollten wir auf jeden Fall tun 14 Grad und wir sollten einmal Okay, wir sollten einmal, glaube ich Nochmal was anzünden So, sie ist jetzt erstmal Was? Okay Ja, danke Hä? Warum? Okay, sie ist satt, das ist schon mal gut, sie ist noch leicht verletzt Ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeug Und wir können jetzt nicht so allzu viele Sachen machen Weil er ist ja noch unterwegs, leider Oh, da kommt er wieder, Gott sei Dank Ah, deswegen haben wir das gesehen Ähm Ein Sägeblatt wollten wir noch herstellen Und zum Dock gehen Ne, zum Priester gehen Oder wir looten erstmal da weiter Ah Wir machen erstmal einmal herstellen Würde ich sagen Was mit ihm Er ist müde und hungrig nur Okay, das ist ganz gut Dann kann er einmal was essen Ach, jetzt kommt schon gleich wieder jemand Okay, er will mit uns handeln Können wir machen Und er isst jetzt einmal was Heilige Scheiße Es ist schnell, ey Es reicht erstmal Und er kann nicht schlafen legen So, und wir handeln Was das Zeug hält Ich weiß zwar nicht mit Was ich abgeben soll Aber wir werden handeln Ja, das können wir immer noch gut gebrauchen Können immer noch diese Materialien Echt Gut gebrauchen Mal gucken, ob wir irgendwie was Weghandeln können So, was haben wir denn hier Wir haben hier noch Kippen Ja, noch die nicht mehr so gute Ein bisschen Kaffee Noch zwei Bücher Ich weiß nicht, wie viele Bücher wir brauchen Wirklich Düngemittel brauchen wir momentan ja nicht Auch brauchen wir ja momentan auch nicht so Ein bisschen Wasser Wir haben Wasser Wir haben einen Überschuss momentan So Hm Wollen wir noch irgendwas abgeben Noch ein paar Kippen, oder? Okay, dann werden wir jetzt ein bisschen ans Reduzieren gehen Gut, wir können uns einigen, sagt er Das reicht nicht Das reicht nicht Okay Wir haben es kapiert Wir haben es kapiert Wir haben es kapiert Noch einmal So Und Handeln Oder? Ja Alles klar Ne Sonsten Nichts Danke Du bist leicht verletzt Aber alles noch im grünen Bereich Er ist verletzt Erholt sich Er ist leicht verletzt Erholt sich Okay Ähm Ne Was lassen wir alles so? Die Axt Wüsste jetzt nicht, wo wir das benutzen Ähm Warte mal Wir wollten gucken Wegen dem Aufpushen Wir haben 25 Und 10 9 Okay Ähm Hier Bräuchten wir Oh, wir könnten jetzt das Thermostat Könnten wir herstellen Hm Aber ich habe jetzt momentan das Gefühl Es läuft eigentlich Oh Es läuft eigentlich ganz gut Ähm Einmal Mit dem Holz Es läuft eigentlich ganz gut gefühlt Wenn wir das immer regelmäßig anmachen Ich glaube dann Ähm Wird es nicht zu kalt Klar ist das schön Ja, obwohl Komm Wir haben eigentlich genug da Und könnten das eigentlich einfach einmal pushen Ähm Ja, kommen wahrscheinlich schneller das Ding hoch Aber so viel brauchen wir dann wahrscheinlich auch wieder nicht Es ist wahrscheinlich sinnvoller Hier Das hierfür irgendwie Zu verbrauchen Ähm Ich kann noch ein bisschen Zigaretten herstellen Für unseren Raucher da unten Ähm Ja, das ist jetzt eine gute Frage Was machen wir jetzt? Bauen wir jetzt nochmal das hier aus Dass wir ein bisschen mehr Hitze haben Obwohl wir haben eigentlich kein Problem momentan damit Dann würde ich vielleicht sogar Belassen erst mal Und wir gucken, dass wir eine Kräuterbox oder so Ich weiß nicht, wie das heißt Aufbauen Ähm Das hier Das ist vielleicht das Der Kräutergarten Ich glaube das ist vielleicht Ähm Nicht verkehrt Dass wir diesen Kräutergarten erstmal noch kriegen Und damit wir das hier hoch pushen können Was brauchen wir dafür? Ja gut, da brauchen wir auch noch ein bisschen Zeug Also entweder das Also das hier hoch Oh, habe ich eigentlich jetzt einen Filter gemacht? Ne Entweder das hoch Oder halt den Kräutergarten Ich glaube das ist erstmal das Wichtigste Was wir hier machen können Ähm Ja gut Ich mache mir erstmal so Den Kräutergarten oder Ja gut Oder wir brauchen uns nochmal hier sowas Das bräuchten wir echt Also Können wir uns das basteln? Gucke ich gerade nochmal Ne, können wir nicht Uns fehlt nämlich einmal ein Rädchen Ja Obwohl wir kommen eigentlich mit dem Fleisch Na, wir kommen nicht hin Eigentlich kommen wir nicht hin Wir haben Es sind einer zu viel Scheinbar Wir kommen mit dem Fleisch Eigentlich nicht so gut Klar Aber Ja Was soll man machen? Leicht verletzt Erholt sich leicht verletzt Müde Der müde müsste eigentlich aufstehen Der Herr müde Dann könnten wir uns vielleicht nochmal hinlegen Ja Perfekt Das war wie auf Zu hoch Ähm So Und du legst dich jetzt wieder hin Weil du leicht verletzt bist Perfekt 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 Bisschen hungrig Wir müssen gucken wo wir Essen herbekommen Das nächste Mal Oh Die Armee Würstet Sich über Funk damit Brüstet Brüstet Nicht Brüstet Die Armee Bürstet Sich über Funk Das ist Auch ein Talent Das ist Auch ein Talent Das ist Oh Gott ey Die Armee Brüstet Sich über Funk damit Dass sie eine Bande vernichtet haben Die Menschen Booten aus der Stadt Gesprunget haben Nur so konnten Menschen Evakuiert werden Die dringend ärztlich Hilfe brauchen Hoffentlich ist das nur Leeres Getöse wie üblich Okay Warum Will das Militär Dass wir hier bleiben Das verstehe ich nicht Warum bürstet sich das Militär Die ganze Zeit Die Truppen von Rebellen Unter Regierungen Liefern sich brutale Gefechte In der gesamten Stadt Einige Gebiete Sind komplett abgeschnitten Während andere Schauplätze Schwere Gefechte sind Okay Alles klar Dann setzen wir uns hier hin Und Ich würde sagen Wir beenden den Tag Wir beenden den Tag Okay Entschuldigt Gutzeit nicht So Erst hungrig und verletzt Leicht verletzt Leicht verletzt Okay Erst Verletzt Also muss er auf jeden Fall Schlafen Wir gehen mit ihm Auf jeden Fall Blündern Wir stehen mit den beiden Wache So Wir brauchen Jetzt Essen Supermarkt Eine Menge Lebensmittel Dieser Laden hat Besorgt Vor der Kriegshunde wurde Das Gebiet von Militärkund Wir können Das könnte das Gefäß sein Mit einkaufen zu gehen Das könnte auch Das Risiko wert sein Denn dort sollten Noch viele Sachen üblich sein Da waren wir eben gerade Aber hier gibt es angeblich Eine Menge Lebensmittel Okay Wir probieren es Ne Waren wir im Supermarkt? Vor elf Tagen Ne Vor elf Tagen Waren wir im Supermarkt Gibt aber anscheinend Gibt aber anscheinend keine Gefahren mehr Wir nehmen den Schneider mit Den nehmen wir mit Und das hier Damit wir uns wenigstens verteidigen können Nur falls Und gehen auf Plünderjagd Würde ich sagen Ich kann mich echt nicht mehr An den Supermarkt erinnern Oh Doch Gibt es hier keine Bösewichte mehr Okay Wir werden einfach mal hier besuchen Wird schon passen Oha Da oben ist jemand, oder? Ne Da ist niemand Ich dachte jetzt gerade schon Keine Ahnung Es reicht anscheinend Wenn wir mal einen abballern Wollen wir alle ab Auch gut zu wissen Vielleicht wollen wir ja mehr Als nur einen wegballern Das nächste Mal Ah Okay Nein, 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 nein Hier können wir also abhauen Wolltest du nochmal sicher gehen Nicht, dass wir hier Ein Problem stoßen Ich möchte jetzt mal nach hier unten kommen So Okay Alles klar Wir haben Das Lager hier für uns Können Alles mitnehmen Was Wir hier so finden Vorzugsweise natürlich Lebensmittel Und ja Wenn wir hier ein bisschen Wasser finden Und so Dann nehmen wir es natürlich mit Wie kommen wir denn hier runter Ach da die Leiter Hab ich nicht gesehen Ja Komm noch mal ein bisschen schneller Laufen mal ein bisschen schneller Gibt es hier ein Sägeplatt Irgendwas Das hier ist doch Lebensmittel Eindeutig Das kommt weg Hoppala Hier Oh, hier brauchen wir auch noch was von Oh, sehr schön Hatten wir Ein bisschen Platz Nope Dann hier weiter Die Uhr muss ich ein bisschen im Auge behalten Ja Ja Machen wir mal so Okay Hm Einmal Munition Material Ja gut Vielleicht so Den einen Schuss brauchen wir nicht mitnehmen Ähm Hier hatten wir schon geguckt Hier hinten Braucht wir relativ lang Um die Trümmer wegzuräumen Aber wir können hier aufbrechen Oh nee Da brauchen wir gar nicht Als Anfang Es dauert viel zu lange Die Trümmer Wenn wir hier oben noch was Zu durchsuchen haben Anders ist Wenn wir vielleicht oben Nichts mehr haben Oder so Dann können wir gerne nochmal Hier unten Hin und da Ein bisschen was suchen Aber ansonsten Verlassen Äh Würde ich sagen Lassen wir das einfach Ähm Ja Auch nicht unbedingt Okay Supermarkt Auf jeden Fall Etwas wo wir Looten können Wo wir gut looten können Ja Hier nochmal Das mitnehmen Das können wir nochmal Aufmachen Was mich freut Ist Dass er hier Kein einziges Teil mehr hat Wo Mal gucken muss Huch Er weiß nicht Wie man dorthin kommt Okay Jetzt kann er Könnte hochklettern Dass er kein einziges Teil hat Wo er meckert Also er ist nicht müde Er ist einfach Topfit Er ist einfach Super gut drauf Momentan Das ist perfekt Oh Und hier das Fleisch Das Fleisch Müssen wir mitnehmen Nehmen Legen wir das weg Einmal Zucker Ist nicht ganz so Gut wie Fleisch Ist hier oben Irgendwas Ne Dann einmal Hoch Zeit geht auch noch So Schade Das war das Sägewerk Ich brauche Und ich habe gedacht Echt Das macht Sinn Das jetzt mitzunehmen Aber scheinbar Ja War ich da falsch gewickelt Die Brechstange war auf jeden Fall gut Ja wir können auch wie gesagt Nochmal hierher Also das ist jetzt nichts Nicht Das Falscheste Hier nochmal looten zu gehen Weil hier gibt es ja anscheinend noch Zeug Was wir ganz gut gebrauchen können So Ja hier schießt irgendjemand wieder Aber das ist glaube ich nicht bei uns Sehr gut Nochmal Fleisch gefunden Das ist sehr schön Hier runter Wir haben immer noch ein bisschen Zeit Wir räumen doch nochmal den Kaufen weg Vielleicht schaffen wir das bei uns in der Zeit Ich muss es nur gut timen Wird auf jeden Fall wenn dann richtig knapp So Gucken mal Ein bisschen werde ich ja hier überdeckt Mit dem Video Bild aber Das sollten wir hinkriegen Ja okay Na komm Mach deine Hände kaputt Los Komm schon Ja auf jeden Fall Wir müssen schauen was wir als nächstes machen Wir arbeiten jetzt ein bisschen vor uns hin Wir müssen gucken Jetzt bei unseren Lebensmitteln Haben wir jetzt einigermaßen wieder aufgestockt Schauen dass wir mit unserem Wasser klarkommen Dann weiter Handel treiben Und Ja müssen wir halt einfach mal gucken Was so Ah okay Jetzt wird es langsam kritisch Sollten wir aber immer noch hinkriegen Er ist ein schneller Läufer Ja Ne komm das lass mal Wir müssten nämlich hier auch nochmal irgendwas machen Wir rennen jetzt einfach raus Zum Ausgang Sicher ist sicher Nicht dass wir da wieder auf die Mütze fallen Nur wegen irgendwas Wir müssen ja eh nochmal hier hin Das Kaufhaus Können wir sehr gut Routen Genauso wie das andere Wir haben eigentlich zwei drei Orte wo wir nochmal hin können Und das ist eigentlich ganz gut Wo wir uns nochmal hin verstecken können Und Verstecken können Hingehen können Routen können Das ist eigentlich ganz angenehm Und Ja es funktioniert ganz gut mit der Routerei Muss ich sagen Bruno hat eine scheußliche Wunde Es scheint sehr ernst zu sein Wow Was mit Bruno los Ungerisch Bio Bruno ist tödlich verletzt Wir sollten keine Badage verschwenden Um zu retten What Er ist tödlich verletzt Ich würde ein Krankenhaus ausruhen Wenn ich so das Leben von Bruno retten könnte Ich war in einem Restaurant Und die Gäste schritten sich beim Abendessen Und ich beachtete die Nachricht Über schwere Kämpfe nicht wirklich Doch plötzlich kam es Mir Das war die Vorstadt von Burgoren Meine Stadt Dort lebt meine Freundin Ich weiß nicht Was ich mir davon erwartete Aber ich ran hinaus Zur Bushaltestelle Okay er ist schwer verletzt Er ist schwer verletzt Wir geben ihm jetzt Eine Bandage Und dann soll er schlafen gehen Er soll nochmal kochen Bevor er schlafen geht Soll er nochmal ordentlich kochen Das wirst du ja wohl hinkriegen Er geht mal hier runter Und er macht mal Feufeu So Wir könnten theoretisch Das herstellen Das können wir immer noch nicht herstellen Wir könnten uns noch eine Kleine Falle herstellen Okay das ist ganz gut zu wissen Hoppala Das können wir immer noch nicht Okay wir überlegen Jetzt gleich was wir machen Erstmal muss Bruno kochen Wir haben noch keinen Brennstoff Oh shit Wie viel brauchten wir für 5 Holz Ja stellen wir es her Ja komm wir stellen es her Ich glaube das ist Notwendig Wir platzieren es da unten Müde und hungrig Müde leicht verletzt hungrig Und er kocht jetzt nochmal Genau So Der gute Sehr gute Bruno Und dann geht er schlafen Oh what the fuck Das sind Kinder Ich brauche Hilfe Machen sie bitte auf Hungrig und müde Äh Hungrig 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 Okay da muss Pavel Da soll aber vorher noch was essen Wir machen ja erstmal die Tür auf Oh warte Hier Genau So Und Ob Nein halt 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 Esst du auch nochmal vorher was Mutter ist krank Bitte helfen sie uns Äh So erstmal hier hin So Was können wir für dich tun Wir leben in Äh Wir leben in Einige Blöcke von hier entfernt Und unsere Mutter ist sehr krank Und unsere Mutter ist sehr krank Warum kann ich denn nicht lesen Sie braucht die Medikamente Hätten sie vielleicht welche übrig Ohne ihre Hilfe würde sie sterben Jetzt davor mitkämpft haben wir noch unsere Mutter Helfen sie uns bitte Bis Wow Zweimal das Ja wir machen es Wir machen es Wir machen es Wir machen es Okay das reicht erstmal Du gehst hier hin Du gehst hier hin Ähm So So Einmal das Auffüllen Einmal hier Oh Genau Machen wir so Sehr schön Können wir Düngermittel Düngermittel machen wir jetzt einmal Und Na hier benutzen wir das Damit wir nicht ganz Düngermittel benutzen Die Bio Bruno wird nicht überleben Es sei denn wir versorgen diese Wunde Wir brauchen Bandagen Es ist schwierig ein Medikament zu bekommen Doch wir haben das Richtige getan Okay Sollt es jetzt noch was essen Was ist mit ihr? Sie ist zufrieden Müde und hungrig Soll auch noch was essen Diese Kinder sind sehr tapfer Sie können ihr Leben Indem sie durch das Viertel gehen Um ihre Mutter zu retten Ja okay Ich bin sicher dass Bruno besser gehen wird Ja So du bist leicht verletzt Auch leicht verletzt Und er ist nur müde Okay Dann muss er aufstehen Weil wenn er nur müde ist Und die anderen sind leicht verletzt Dann ist es besser wenn die schlafen gehen Müde und leicht verletzt sind natürlich Wow wir haben hier zwei reingeklöppelt Okay War natürlich ein Fehler Das sollte nicht so sein Aber gut So ist das Wir haben noch einmal das Wir könnten Ja Vier herstellen Machen wir einfach mal Und einmal Wasser herstellen Bräuchten wir auch Okay Wollten wir nicht noch irgendwas Großes machen? Habe ich das schon wieder vergessen? Irgendwas verbessern oder so? Ne Das können wir nicht verbessern Das können wir nicht verbessern Wollten wir das hier verbessern? Ne Können wir auch nicht verbessern Was war denn das große? Haben wir das schon gemacht? Keine Ahnung Oh Das hier Vielleicht Ne Ich weiß es nicht Brauchen wieder Bestandteile Und so ein Quatsch Wir bauen jetzt hier einmal So Wieder Filter Für die Filter auch noch Und Ja ich weiß gar nicht Was brauchen wir denn jetzt als nächstes Wir haben ein bisschen Fleisch Wir sollten Blündern Blündern gehen Nämlich Wir gucken mal Was es Materialien gibt Wir schauen mal Entweder gehen wir In unsere schöne Einkaufszentrum Wo wir letztes Mal schon waren Oder zu der Na Ich komme nicht drauf Ja zu der großen Halle Diesen Turm Oder was ich was Ah dieses Wohnblock Beim Wohnblock Genau Den wir da Freigeschaufelt haben So dann setzt er sich hin Und dann machen Würde ich sagen Erholt sich Erholt sich Oh er hat noch was bei der Bio Arme Kinder Hoffentlich reichen unsere Medikamente Oh wir haben keine Medis mehr Müssen wir vielleicht auch holen Na wir schauen einfach mal Tag beenden Und dann gucken wir einfach mal Was Was auf uns zukommt Schwerverletzt Ist auch im Bett Ausschlafen Er ist nur etwas müde Er ist leicht verletzt Leicht verletzt Und Zufrieden Dann gehen wir mit ihr plündern Dann soll Hm Es ist immer noch Krieg Die Frage ist Werden wir dann nicht Er geht ausschlafen Wir probieren es jetzt einfach Obwohl Ne er steht Wache Er steht Wache Er geht im Bett schlafen So im Supermarkt Gibt es Lebensmittel Material Medikamente Waffen Eine Menge Teile Ähm Materialien Waffen Und Teile Ne da waren wir nicht Da waren wir nicht Da waren wir Bombardiertes Haus Okay da sind wir schon durch Die Kirche Da waren wir auch schon Die Baustelle waren wir Genau Okay entweder gehen wir hier hin Eine Menge Teile Gegen etwas Teile Ansonsten ist es gleich Dann gehen wir in den Supermarkt Den hatten wir schon Leergeräumt Wir brauchten aber Noch eine Schaufel Genau Vorbereiten Dann nehmen wir diesmal Die Schaufel mit Und das hier Und gehen los Dann sollte das passen Wohohoho Da ist jemand Haben sie gehört Was die Soldaten versucht hat Zu tun Zum Glück ist das Mädchen Jetzt in Sicherheit Ja Ich hab's in Sicherheit gebracht Gute Frau Sie wohnt nebenan Und hilft mir manchmal Bei den Einkäufen Okay Passiert jetzt noch irgendwas? Weil wir haben sie doch gerettet Oder ist sie deswegen Uns Gesonnen Ich mag gar nicht dran denken Was passiert Wenn die Soldaten Nicht aufgehalten hätten Ja wir haben die Soldaten Aufgehalten Kommt da jetzt noch was? Ich möchte jetzt nicht weggehen Und dann irgendwas verpassen Wisst ihr? Sie ist erschöpft Und steht unter Schock Doch wie bei mir Kümmern sie sich um sie Ja Ist ja gut Können wir mit ihr irgendwas machen Weil es ist ja schon komisch Dass direkt sie da ist Oder Soll uns dann einfach besser gehen Noch Okay Jetzt mit her kann ich einfach tun Was die will Und dafür zu prüfen Die Leute haben immer noch Okay Weißt du was ich jetzt einfach Ach die Däuten sind daher Auch interessant Wir gehen einmal runter Machen einmal das Hä wer ist sie denn Dass sie uns hinterher läuft Die ganze Zeit Und da kommt sie nicht mit Okay sie bleibt da oben Vielleicht geht sie jetzt komplett Komisch Wow 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 Beschädigte Militärweste Wie geil ist das denn? Oh wir können endlich Eine Gitarre Bauen Oh das ist mal Okay das Das Warte mal Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt Das brauchen wir Ja eine Kippe Essen Ein bisschen Moni nehmen wir mit Da habe ich richtig fett gewesen Weil das Die Munition lag ja eh immer überall rum Das einmal Holz Das immer hier Und das hier wieder mit Okay da bin ich ja mal gespannt Hier unten ist eine Tür Habt ihr gesehen Hier Diese Tür Die scheint verrammelt zu sein Und da werden wir mal schauen Was dahinter sich verwirkt Hm Okay da ist nichts dahinter Ist ja auch komisch Oh okay Nochmal was zu essen Ja Okay Lassen wir das nur so Okay Nehmen wir das nochmal mit Unten haben wir ja schon einmal durchgesucht Hier noch nicht Ich glaube hier hinten war wieder Holz Ne Da gehen wir jetzt nicht hin Haben wir nicht Wo kommt mal Dass man die Taschen so voll wie möglich machen Natürlich Mit irgendwelchen Zeug Und Dann können wir echt nochmal hierher kommen Weil hier ist echt Sieht es echt noch gut aus Was wir hier so finden können Wir haben noch was zum heilen Wie ich der Meinung Schusswaffenzeug und so Also die Schutzweste Die brauchen wir nicht zum Plünder Habe ich das Gefühl Also da kommen wir echt ganz gut ohne klar Momentan noch Wer weiß Was sich das ändert Aber momentan Sieht es eigentlich ganz gut aus Und dann gehen wir nochmal oben lang Weil ich glaube irgendwo lag auch noch Position rum Ne Lassen wir so Ja Lassen wir jetzt so Und auch nochmal hoch Ich ob doch los ist anscheinend weg Ich nehme an Wir kriegen allen nochmal einen Schub Zufriedenheit Dann können wir uns eine Gitarre herstellen Das finde ich auch schon mal sehr cool Vielleicht spielt er dann sogar jemand mal wirklich Das wäre ja irgendwie lustig Das würde uns spielt auch Zufriedenheit ziemlich hoch pushen Nehme ich mal an Viel Zeug zur Munition herstellen Wir haben ja diese Werkbank halt nicht Was ist denn das hier eigentlich Achso wir müssen sie erst noch reparieren Ja gut deswegen sieht sie aus und kaputt aus Ah hier unten ist die Obdachlose Ja okay Hier nochmal hin Dann geht es runter Mal sehen Oh hier halte ich alles noch was Vielleicht das Das auch nicht Ich bin gar nicht hier Ja okay ist mir egal Okay alles klar Gut das war wieder Ordentliche Plünderrunde Sag ich mal Insgesamt Müssen wir auf den EMA gucken Wir haben uns ja hier ganz gut positioniert Ja Oh Bruno Ob Bruno Bruno gut geht Wir wurden ausgeplündert Katja Warte so viel Blablabla Jemand hat versucht es auszurauben Es war eine ziemlich zäge Gruppe Aber wir haben es geschafft Sie fernzuhalten Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet Keiner von uns wurde verletzt Und die Angreifer haben nichts gestohlen Yes Unsere Wachen leisten gute Arbeit Haben sechs Munition verbraucht Ja wir brauchen aber halt sehr viel Munition Das ist halt das Problem Hungrig Leicht verletzt Zufrieden Und müde Sehr müde Hungrig Verletzt Erholt sich Leicht verletzt Erholt sich Er muss was essen Eindeutig Da geht momentan Kein Weg dran vorbei Er ist verletzt Und erholt sich Er sollte aber Kochen Muss mal Jetzt unser Koch Dann gehen wir mit ihm runter Er rennt sich Er rennt gerade mal hier hin Damit wir gehen wir hier hin So Lass mal Wasser herstellen Er soll kochen Was fehlt Oh wir haben gar kein Holz mehr Okay Müssen wir hier auch seiner herstellen Das ist natürlich ganz schlecht Dass wir überhaupt keine Saison mehr haben Ja Vier von fünf Basteln wir aus einem Buch Tut mir leid So Und machen Zweimal essen Er rennt jetzt einmal hoch Ist hungrig Und sehr müde Er isst jetzt einmal was Komm Ess was Was ist denn jetzt los Stimmt irgendwas nicht So jetzt nochmal Essen Danke Es ist kalt hier drin Sagen sie Okay Sehr müde Dann gehst du jetzt schlafen Du bist hungrig Und verletzt Und gehst dann auch schlafen Leicht verletzt Zufrieden Und So Hungrig Äh Ja dann isst du jetzt einfach mal hier Das Oder was brauchen wir Ne komm Er ist erst mal Immer noch hungrig Oh shit Äh Ja wir müssen das trinken verbessern Da geht kein Ding dran vorbei Brauchen dieses Thermostat Ich stelle das nochmal her Und schmeiße nochmal eins in den Ofen Und dann müssen wir das ins Thermostat Schmeißen So Okay Jetzt geht's hoch Jetzt muss die Wärme nochmal hochgehen Verletzt Erholt sich Leicht verletzt Erholt sich Leicht verletzt Und müde Dann soll er hochgehen Soll er aufstehen Meine ich Weil er ist Sie ist leicht verletzt Und müde Und er ist nur noch leicht verletzt Die Frage ist aber Geht das leicht verletzt Erst weg Wenn das müde weg ist Versteht ihr was ich meine Dann soll er hier Das hier essen Konservendose So Er fühlt sich besser Ist noch leicht verletzt Alles klar Erholt sich Sehr müde Immer noch Okay Alles klar Gut 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 Es funktioniert doch Und mit ihm stellen wir jetzt ein paar Zigaretten nochmal her Die kann man nachher vielleicht auch betauschen Und dann schauen wir mal Haben wir nochmal einen Filter Ah wir haben noch einen Filter Wenn man noch genug Zeit hat Können wir nochmal Wasser ansetzen Und dann Wird das schon Oh Warte mal Ich habe die Zeit super Super krass vergessen Ich glaube wir sind ein bisschen drüber Egal Machen wir das halt jetzt nochmal Dann wird es halt mal ein bisschen länger runde Das passt schon Und dann Schauen wir mal Wie das hier wird Loskommen Alter Mann Schaffst du Mathematiker Für was würde ich auch Auf jeden Fall immer brauchen Keine Ahnung Und wir wollten nochmal In die In die Halle gehen Ins Einkaufszentrum Ach kacke Nein Du sollst dich hinlegen Und schlafen Sollten wollten wir In die Einkaufszentrum nochmal gehen Best raus zu suchen Was glaube ich Ja Sinn macht Hoffe ich Wir brauchen Holz Eigentlich Das kann nicht sein Dass wir kein Holz mehr haben Also ein Holz war auf jeden Fall Da im Bett Oder so Warum auch immer Oder vielleicht Weil das Bett aus Holz besteht Und wir können da was rausbrechen Oder so Naja Wir brauchen auf jeden Fall Güter 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 Alle im Bett schlafen Und hoffen Dass wir nicht auskaufen werden Und er geht plündern Und wir gehen wieder In den Supermarkt Eine große Menge Waffen Und eine Menge Teile Ja Okay Brauchten wir irgendwas Dafür Noch Ähm Ich bin mir nicht mehr sicher Ich glaube nein Ich hoffe nein Ich hoffe wir brauchen nichts mehr Wir gehen einfach so Oh ich hoffe das war jetzt kein Fehler Oh sind die Obdachlose Ist wieder da Ja gut Das macht ja nichts Wie du weißt Ich will auch hochkommst Ach man Okay alles klar Wir gehen jetzt erstmal hier lang Hier rum Ach okay Verstehe 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 Dann gehen wir doch hier unten lang Ja geh weg Wenn du nicht da bist Mann 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 So einmal runter Wir looten jetzt hier alles Aus was hier noch da war So Nehmen Nehmen Und Was hatten wir hier Auch nehmen Weiter geht's Immer noch kein Holz Wo hat man denn so viel Holz gefunden Gefühlt war überall Holz Deswegen hat mir das überhaupt Müll gemerkt Wo wir Holz finden konnten Und das Problem war Ist ja bei Holz Wir können immer nur so wenig tragen Das ist halt echt das was zum Problem wird Unsere Taschen sind ja eigentlich sehr gut gefüllt Ich würde sie ungern gegen Holz eintauschen Aber Ja Vielleicht müssen wir das machen Warte ich mal Einmal hier Verlassen Okay Unten war Holz drinnen Ach war ja dumm Was ich gerade gemacht habe Müssen wir nächstes Mal wieder hinten in die Ecke In die Ecke rein Okay da gibt es auch noch mehr als Holz Einmal Munition Die ich scheinbar vergessen habe Ähm Hm Das ist natürlich alles ganz schlecht Alles ganz schlecht Trott gefällt mir nicht so Holz 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 Hier war nichts mehr Oh doch hier Okay 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 Hm 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 So Was stand hier Ähm Oh Auf einem verblassten Flugplatz Mit Totenkopf Verkreuzten Knochen Steht Gefahr Halten Sie sich fern Von nicht explodierter Munition Zurückgelassene Waffen Ausrüstung Nicht explodierte Munition Können mit Sprengfallen Versehen sein Fassen Sie nichts an Riskieren Sie keine schwerere Töglichen Verhältnungen Melden Sie sofort Funde Demnächst Militärposten Ja schon klar Ich lass So was auch zurück Kackpratzen Holz Wir wollen Holz Okay Können wir nicht mitnehmen Holz 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 Okay Es ist aber an sich Schon wieder Ein guter Ja wie nennt man das Ein guter Plünderungszug Sag ich mal Und wir brauchen Nur etwas mehr Holz Eigentlich Können nur hoffen Dass der Händler Vielleicht vorbeikommt Und uns da ein bisschen Mit Holz Eindecken Das wäre natürlich Nice Er wird nachher Sehr müde sein Er braucht dringend Schlaf Da geht kein Weg dran vorbei Ähm Wir haben nur einmal Holz Das ist natürlich schlecht Gerade Weil wir Ähm Gerade weil wir es so Kalter momentan Lassen wir das zurück Nehmen das nochmal mit Dann renne ich nochmal schnell hier hin Das war ja nicht so weit weg Ich glaube das braucht man eher Als so ein bisschen Kaffe Huch Oh sie seht ihr gut Da ich das nochmal gemacht habe Guck ich doch nochmal Hab ich das vielleicht auch da fliegen lassen Die Zeit haben wir Also das eilt uns jetzt nichts mehr wirklich Wir sind hier mehr oder weniger durch Wir haben noch hier Das Plätzchen und hier oben das Was wir uns noch angucken können Ansonsten Ansonsten Sind wir da Echt gut durch Kommen Ja das einmal Wasser Schmiss weg Also Wasser Funktioniert eigentlich bei uns Ja ich momentan ganz gut Durch die Relativ häufigen Filteranlagen Die wir gebaut haben Sind wir gut mit Wasser dabei Ja perfekt War die richtige Entscheidung Ähm Es ist noch relativ viel Zucker Ja es lohnt sich schon Eigentlich nochmal hier wieder herzukommen Ähm Ja Ja Okay Und dann War es das auch schon wieder Haben gut geplündert Haben einiges dabei Ähm Ich weiß gar nicht Hatten wir Wachen dieses Mal aufgestellt Haben wir sie wieder schlafen lassen Ich habe keinen Plan Tag 26 So Ich habe sehr viele Nette Dinge gefunden Was für eine Nacht Ich sehe niemanden hier Das macht mir ein bisschen Sorgen Es scheint Als würde Anton anfangen Sich ein wenig unwohl zu fühlen Okay Wenn es mehr nicht ist Würde ich sagen Ähm Währenden wir hier die Folge Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und beim nächsten Mal Schauen wir Wie wir Anton wieder In die Spur bekommen Ja Also bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao